Hey Leute und herzlich Willkommen zu diesem Video und zwar wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich jetzt eine Woche lang in Bayern bin und deshalb keine Videos drehen kann. Ab Samstag, also am Samstag geht's los, dann eine Woche. Ich denke, wenn ich zu Hause bin, erstmal auspacken und so und dann werde ich ein Video drehen, das in YouTube stellen. Guckt euch bitte meine anderen Videos an, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich, würde mich sehr, sehr, sehr über ein Abo freuen. Meine Abonnenten, wenn ihr dann noch irgendwelche Freunden Bescheid sagen würdet oder sonst ihr anderen auch, die sollen mich abonnieren, das wäre natürlich richtig cool, fände ich klasse von euch, wenn ihr das macht und wenn das auch dann diejenigen machen. Ja, ähm, soja, das war's eigentlich auch schon. Ähm, in einer Woche kommt man jetzt das Video, dann kamen wir jetzt auch schon ein bisschen länger kein Video mehr. Ja, ähm, und ja. Okay, das war's auch schon. Ciao.